Schoki! Ach ne, ok. Dann ist er da oben eben irgendwo. Nein! Kommst du da drauf? Pft! Keine Ahnung. Hatte die Shisha gesagt? Ich hasse diese Stelle. Danach wird's eigentlich genauso. Danach wird's eigentlich genau so. Es spielt mir jetzt eigentlich bis Ende nur noch schlimm für mich. Nicht mehr schön. Ach, die guten Zeiten. In der Scheune. Oder im Puhland. Schoki! Schweizer Schokolade! 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 Was ist denn da los? Hier ist echt nur Schokolade hier oben. Ah ne, dahin ist der Schluss. Hä? Moment. Let me look at this! Hinspringen, auf die Röhre springen. Ach du Scheiße. Und wieso steht hier ein Ziel? Ein Ziel wo? Dem mal links. Was ist denn das hier? Das ist kein Ziel, das ist ein Stützbalken. Au, das schaut aus wie ne Zielscheibe. Aber das musst du zugeben! Warte mal. Lass dir Zeit bevor du hier stirbst. Ja, boah das werde ich sonst nicht tun. Ich muss irgendwie... Was? Kannst du? Ja. Dreh mal. Ja. Okay. Und jetzt auf das andere? Äh, ich hab nur das Gefühl... Nein. Gut, dass du nur einen Schaden gemacht hast. Und ich alles abgeschlossen hab. Warte mal. Irgendwo... Ich weiß nicht mehr, wie's da weitergeht. Ähm... Das ist immer unfair. Du bist immer da und raus, wie du nie spielen musst. Hm. Denk nur an deine Gesundheit. Ja, 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 ja. Ha, das kann jetzt natürlich was werden. Hm, jawoll. Knochen. Das ist ein cooles Schalter. Cooles Schalter? Cooles Schalter. Ah, okay, ja. Macht alle Tür auf. Ich sporte die Schokolade. Ich sporte natürlich nicht. Sehr schön. Immer dieses dumm hin und her. Das ist das Spiel für alle Qualen, die es mir antut. Aber ich liebe es auch für alle Lacher, die es bringt. Und weil's so knuffig ist. Ja. Ah, du glaubst gar nicht, wie ich mich jetzt aufs Rindfleisch später freue, ne? Fleisch! Meat Vibes. Äh, ich hab für 6 Uhr reserviert, Frau. Halb, sowas, ja. Ja. Jep. Deswegen machen wir jetzt noch das LP, weil jetzt haben wir nämlich noch Zeit dazu. Hoho, ein guter Reflex. Es sind jetzt noch einmal zwei. Eine Schweinerei. So begrüßt man... Oh, das gab's damals nicht. Ich müsste jetzt schon wieder zurück. Halten. So. So. Schlüssel. Oh nein. Dir geht nicht mehr, ne? Doch. Nein. Da hat's vielleicht um den Dings rausgedreht. Neiiiin! Du mal vor... Ich mach schon. Ja, aber vorsichtig, gell? Ich weiß nicht, mit einer Shisha umgehen. Okay. Aber... Okay. Ich hab selber einen. Ja, aber trotzdem. Vorsichtig. Aufschrauben. Ja, und... Was ist aufschrauben? Du musst halt einfach rausziehen. Ein bisschen raus... Ja, wackeln. Aber Vorsicht wegen der Kohle, ne? Muss dann links und rechts wackeln. Naja, alles. Das komplette Stück. Wackeln. 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 Oh ja, ich hab' vergessen, diese Leute. Hm. Hm. Ja. Ha. Super. Okay. Ganz kurz Pause. Ihr hört jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen rumgeschreie. So, Dormi. Das machst du jetzt so weiter. Und dann darfst du... Achtung auf die... Du sie mal oben reinlegen, Andy. Denkst... Genau. Jetzt tust du's einmal. Hahaha. Ja, dankeschön. Ich... Die Aufnahme mir läuft fein hoch. Schick dich! Hahaha. Hahaha. Und bring mir was zum Abwischen. So. Sind wir wieder. Hahaha. So. Dormi macht grad die Stücher nochmal fit. Ahem. Oh ja, das wird jetzt ein Spaß. Wow. Ah. Und das war's. Nein. Hahaha. Ja. Ne, ich muss dann zum Glück nur das neu machen. So. Oh. Ist egal. Schau mir schon. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt wirklich sterben. Dass ich das nicht komplett normal machen muss. Sonst werde ich ein bisschen mad. Ja. 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 Schafft! Ach, noch nicht ganz. Wir müssen noch bis runter. Scheiße. Wir müssen bis ins Wasser sogar. Wir müssen komplett zurück. So. Nichts. Hahaha. Mein. Dann bin ich wieder da. Woah. Woah. Hahaha. Hahaha. So. Und jetzt. Cool hast du hier die ganze Zeit. Ich muss jetzt einfach nur bis zum Ende anfangen. Ja, ja, ja. Ist schlecht. Ähm. Ich müsste eigentlich bis hier runter. Dann war das falsch. Dann muss ich wirklich hier rum. Ja. Aber ich glaube, der steht nochmal oben. Ich glaube jetzt nicht, dass ich komplett zurück muss. Es wäre ziemlich, ziemlich. Nee. Gregg! Wo ist der Gregg? Ich mag den. Wo ist unser Grim Reaper? Grim Reaper! Grim Reaper! Da ist das fast. Klar ist er, ja. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir die Stelle nächstes geschafft. Oh, jetzt kommen gleich echt coole Zwischensequenzen. Ich bin nicht froh, dass wir das noch gemacht haben in dem LB. Tod den Katzen fischen. Kann ich hier wirklich... Nein. Also ich doch nicht dieses Loch durch. Und dann muss ich den Wasser voll hoch. Vielleicht nicht mal schade. Was meinst du? Wo bist du mal lang? Ich glaube so, weil so dreh das nicht gleich. Wir müssen den Wasser voll hoch. Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das hört sich natürlich nicht so. Und wer gedacht hat, das ist mit der Baller Orgie vorbei. Der hat sich getäuscht. Die fängt jetzt erst mal so richtig an. Yep. So. Zwischensequenzen. Die sind jetzt richtig cool. Gut. Hey! Geh mir weg. Geh mir weg! Geh, du willst etwas Großbrief. Geh! Ja, genau! Wir müssen uns zuerst anfangen. Nostalgisch, hey! Äh, Moment, genau. Genau. Birdie. Äh, du bist auf ne Vogelscheuße. So. Wir sind nämlich noch an das böse deutsche Wiesel erinnern kann. Der hat nämlich einen... ...gemeingefährlichen Masterplan, der jetzt nämlich zuschlägt. Teddits. Jaaa. Teddits. Und... Smart Teddits. Den sehen wir jetzt gleich. Jetzt kommt der Krieg, oder? Ja. Aber wir gehen noch nicht direkt hin. Wir müssen erst noch diese... ...Stelle am Anfang dann machen. Aber egal. Sehen wir jetzt alles. Vibes. Sehr schön. Zwischensequenz? Ja. Ah, okay. Ja. 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 Oh, ich... Nicht vergessen. Nasty Nights. ... Ich will nicht alles leben, ich will alles leben, haben wir so, okay. Was? Wenn wir vorher da oben reingegangen haben, werden wir von den Maschinengewehren oder von den Dingern da oben erschossen worden. Von der Selbstschossanlage. Von den Mestern da oben, ja. Oh, das war dein Spaß. Das müssen wir jetzt erstmal noch fragen. Das müssen wir in drei Räumen, damit wir noch weiterkommen. So. Das war's. Oh, es ist nur ein von euch. Right, Sonny, wir haben ein Problem. An 0830 muss auf die Zeit kommen. Ja, an 0825? Oh, 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 shit. Tell you what, fuck that shit. You Sonny look like a resourceful kind of guy. I don't care much for the a-tire, but let's see if you can redeem yourself. Here's the mission. You may accept it as you wish. One, clear it away. We have got to get our men out of here pronto. We just got a war to fight. Two, clear it away. Oh, oh, fuck that shit. What are you waiting for, Sonny? Get that dang thing out of there. Right, see you in the boat. I don't know what I've been told. I don't know what I've been told. I don't know what I've been told. Oh, fuck that shit. Was ist denn das? Ja.